Krimintain ist auch wieder mit von der Partie. Ne gut, das Lager können wir vergessen. Ja ok, ich habe jetzt gerade ein bisschen für die Eskalation gesorgt hier, aber ich denke mal es wäre sowieso eskaliert, ich hätte es nur wahrscheinlich herauszögern können. Aber das ist halt das Ding, ich versuche immer diplomatische Lösungen zu finden, aber die wirken grundsätzlich so, als wenn sie überhaupt nicht daran interessiert sind. Sind sie uns folgen? Nein, nur das andere Auto, sieht aus wie wir gut sind. Elinor! Dank Gott! Ich kann nicht glauben. Alle unsere Freunde, alle diese Leute. Oh, Conrad. Wir werden sie verabschieden. Ich versuche dir, dass... Oh, so ist wir jetzt? Du bist derjenige Feuer. Sie ist tot, wegen dir. Ich versuche dir, wie ich schon. Conrad. Easy, buddy. Das war nicht seine Schuld. Bullshit. Francine. Prescott. All das, weil das Wachstum-Cheat geht durch unsere Gäste. Ich sollte es wissen, dass die Zeit, wenn ich dich sah. Du bist nicht für niemanden, sondern dein eigenes. Wir... Wir haben gerade jemanden verloren. Also... Sag, was du musst sagen. Was? Das ist supposed to make me feel better? Calm down, Conrad. Please. All I know is, if it wasn't for him... Back the fuck off! Now! Just back away! Take it easy, son. Gabe? No! This isn't necessary. Was are you talking about? Falsch gedrückt. Yes, it is! I told you! I get that you're trying to help, but this isn't how you do it. Just do it already. I don't even care anymore. Just put it down, Gabe. Come on, kid. You kill an unarmed man, you'll regret it for the rest of your life. You hear me? Don't touch my uncle again. Fuck me. Gabe! Let him go. He just needs to cool off. We have to go back. We have to bury her. I wish we could, but Prescott's overrun. We can't go back. Well, we're not safe here either. What about Richmond? I've heard there's a community there. If it's true, they'll have food, walls, maybe even a hospital. All I want is to find the motherfuckers who did this. They took my home. They took my... God dammit! You want revenge? You're gonna need help. Maybe going to Richmond is the way to get it. Richmond? Huh. It's something at least. Yeah. Fuck it. Let's go. That's a spirit man. Hey Gabe. Oh. Hey. Are you okay? Huh. Maybe they'll hit it off. Yeah. You know, that was really impressive back there. What you did. Könnte gut für sie sein, könnte auch gut für ihn sein. So. Might be good for them both. I need someone their own age, they can talk to. Come on guys. We got a long drive ahead of us. And vielleicht kann er ein bisschen was von Clementine lernen. Hmm. What can I do for you here? I just... I feel like I'm burning up. And I'm dying of thirst. Here you go. Thirsty isn't good. How does her forehead feel? Wahrscheinlich heiß, nehm ich mal an. Ah. Hot. Hot. Fuck. It's probably sepsis. Sooner we get to Richmond, the better. Oh. Oh goddammit. It really hurts. Hey. You're gonna be fine, Kate. I'm just trying to be realistic. Yeah? Well, I'm trying to be optimistic. Harvey. We both know what's coming. Kate. We do. And this is gonna sound fucked up, but... Maybe this is... My chance for... Christ. I don't know. A graceful exit. Not many people get those. I'd be one of the lucky ones. You don't get to just bow out. You don't get to just bow out. Not that sweet little boy I first met. But... Maybe this is better. He just needs guidance. And a lot of it. I hope so. All I care about is him becoming who he needs to be. And it's gonna be on you to make sure that happens. No, ma'am. I'm not buying this I'm dying shit. It's on both of us. You're buying it whether you want to or not. Oh! Hey! Careful! Sorry! You should get some rest, Kate. We all should. Really. With pleasure. Ugh. Parents just love pretending the rest of us can't hear. I wouldn't know. Also, ich meinte natürlich nicht, dass sie sich zum... in der Zombie verwandeliert. Das steht natürlich grad nicht zur Debatte, aber... ich meinte, ähm... so ein Abgang ist auf jeden Fall besser als... als Zombie. diese Welt zu verlassen, aber, ähm... ja, noch ist es für sie ja nicht soweit. Great. Was jetzt? Ich habe ein paar schlechte Nachrichten. Also, was ist passiert? Na, wir haben ein paar Autos in der Unterpass. Too viele, um zu fahren. Wir müssen ein paar von ihnen wegziehen. Hey! Ich komme auch. Ich bleibe mit Kate, und schaue mich auf. Ich gehe mit uns, wenn irgendwas passiert. Das ist sehr, wenn es passiert ist. Das ist sehr, wenn der Pass ist blockiert. Das ist sehr, wenn der Pass ist blockiert. Okay, dann drücken wir mal. Das ist jetzt doof. Ähm... Nee, zum Auto gehe ich jetzt nicht. Ist hier noch irgendwas? Nein, also müssen wir wohl mit ihm reden. Ja. 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 Okay, da geht es nicht weiter. Das heißt, ich muss doch mal zum Auto. Oh, da kann ich mit dem Auto vorbei. Kann ich, okay. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben, wie weit wir können. Alles. Was? Klemmen? Wir reden mal mit ihr. Ja. 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 So geht es uns in diesen Zeiten allen. So, was ist mit Gabe? Na komm, du verknallst dich in sie oder bist schon verknallt. Aber wer kann es ihm verdenken. Starthilfekörbel, okay. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Sprechen wir mal mit ihm. Ja. Ich versuch's. So und was soll wir denn hier noch hinein sehen? Ja. Okay, was mach ich denn jetzt mit dem Starthilfekörbel? Schön eins zu haben. Aber... Okay, sie kann ich anschauen. Wir können nichts an diesem Auto machen. Garagentor. Ja, dann probieren wir das mal. Oh oh! Gucken wir uns hier... Greifen nach... Nach was? Ist der denn schon richtig tot? Ich hoffe. Okay, Schraubenschlüsseln war auch. Sehr gut. Wo gehst du hin jetzt hin? Das war jetzt interessant. Ja, ähm... Sollte doch möglich sein. Woher denn hier? Okay. Oh. 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 Hopefully, that'll hold. Here goes nothing. Hey! There we go! I think we're set. We good? Be ready to move once the wreck is clear. We should be right behind you. Will do. Okay, ja, ähm... Okay, ja, ähm... Get the walkers! Sollten wir natürlich schnell los. Danke, aber ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wo mein Kürzer war. Was? Was das? Eeeh. Okay. sommer jetzt ist jetzt war es auch mal gut mit der sterbe wir können sie weg okay Elinor ja go 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 just drive get an enrichment Oh nein. Oh. Geh da, Gabe! Geh! Äh, äh! Achtung! Achtung! Komm! Oh, das sind ja nur ganz wenig. Gehen? Wir können nicht gehen. Das könnte dauern. Wir werden dann sterben. Großartig. Das ist einfach großartig. Was werden wir machen? Schnell dich. Schnell dich? Ich werde nicht schnell dich. Elinor ist allein allein. Wir würden nicht sogar in dieses Messen sein, wenn es nicht für Sie ist. Das ist nicht wahr. Schnell dich, Conrad. Woh, 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 stop. Es gibt jemanden da. Was? Woher? Shit. Everybody get down. Wait, was das alles ein Trapp? Keep your heads down. Guy could have a rifle. I don't know about the rest of you, but I'd like to keep my skull intact. Whoever you are out there, we don't want any trouble, okay? What the hell? He's gone. Everyone stay here and keep behind cover. I'm gonna see what I can find out. Be careful. Wer wird denn hier sein? Vielleicht ein alter Bekannter? Ich weiß, ich hab so schnell nicht gucken können. Beeindruckend. Ja bist du. Das ist kein Mensch, das ist eine Attrappe, eine Puppe. Eine Falle. Ich habe keine Probleme hier, okay? Just answer my questions and you have my word, you'll be fine. You, the two guys there, the kids, the women in the car, I saw you split up. I overheard that little argument just now. Your friends over there aren't gonna shoot me, right? You folks have your shit together. If you're some kind of broken tribe, then let me know now. They're good people, they've lost a lot. Sure, we all have. Recently. Ah, fresh wounds, that makes sense. You're going to Richmond, that tells me you got something to do with what's going on down there. Question is, whose side are you on? Look man, I don't know what you're- Uh. Don't move. Well? Is he one of them? Hey man, what do you mean by them? Who's them? You know what I'm talking about. The New Frontier. What? No, I'm not with those guys. You got this backwards. Avi, this guy's full of donkey shit. Do you want to let me talk? What's the point? How can we trust anything you say? I don't think he's with those guys. Look, I'm telling you. I'm on my way to Richmond, just like you. I lost touch with some good people there when the New Frontier took over. What did you say? The New Frontier? They took over Richmond? Don't tell me you didn't know that. Fuck. Oh God. Eleanor and Kate. They're headed right in the middle of those assholes. At least now we got an excuse to go after those motherfuckers. Everyone, just calm down. Calm down? Calm down? How the hell do you want us to be calm about this? They're gonna fucking kill us! Not if we get to them first. There's an old train tunnel that runs under the James River. From what I hear, it should be a straight shot into Richmond. A train tunnel. I could lead you guys there. But since a hobby here said you're good people and all, maybe you could lower those guns first. Lower than my ass. We're gonna tie you up and make sure your story checks out. That's really not necessary. I don't know. We just met this guy. We all just met. Lower your guns. Javi, man, don't. Do you trust me or not? Thank you. Ready? This way. Hey. What do we call you? Sorry, forgot to introduce myself. It's Paul. But my friends call me Jesus. Jesus. Okay. What is with Clementine? The Telegraph. I had just to breathe. I've got to breathe. Nice. Let's go. Let's go. Let's be a little bit. Hey. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020